Ja, hallo meine liebe Sängerin. In diesem Video singen wir uns zusammen ein mit den sogenannten Klingern oder genauer gesagt in diesem Video mit den Vollklingern M, N und NG. Denn M, N und NG, die tun sehr vieles für deine Stimme, die schlagen nämlich mehrere Fliegen mit einer Klappe. Sie schließen deine Stimmlippen, sie befreien deine Stimme von allfälligem Schleim und sie wecken deine Resonanzräume und bringen deine Stimme zum Klingen, denn sie heißen ja nicht umsonst Klinger. Wir machen zusammen sechs Übungen und eine kleine Anmerkung von mir gibt es bereits ein Video 12 Minuten Einsingen mit Klingen. Ich verlinke es dir unten in der Infobox. So hast du ein bisschen Abwechseln. Die erste Übung ist in der Kopfstimme und zwar auf das Wort Junge, also wie ein Knabe, ein Junge. Und du machst das so ein bisschen mit erhobenem Zeigefinger in der Kopfstimme, dass du machst. Jungen, 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 Jungen. Junge, 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 Junge. Und einen letzten Junge, Junge, Junge. Die nächste Übung, da beginnen wir in der Kopfstimme, aber unten landen wir dann bereits in der Bruststimme. Wir beginnen zwar erst auf ein wie ein lecker und unten sagen wir dann Mango. Ich hoffe also, dass du Mangos magst. Wir machen. Wir beginnen der Kopfstimme auf. Wechseln die Bruststimme auf. Gleich mal zusammen. Mach bei diesem Mhh auch dieses Mhh lecker Gesicht. Mhhm, Mango. 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 Dein letzter. Mhhm, Mango. Mhhm, Mango. Dann die nächste Übung heißt Nein, meint mein Mann. Wieder viele Ns und Ms. Die machen wir in unserer Sprechstimme. Und obwohl alles auf dem gleichen Ton ist, immer schön fließen lassen. Was du machst. Nein, meint mein Mann. Und das kannst du so richtig hier spüren. Nein, meint mein Mann. In deiner Sprechstimme Nein, meint mein Mann 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 Nein, meint mein Mann. Nein, meint mein Mann. Nein, meint mein Mann. Genau. Wir bleiben in der Bruststimme oder in der Sprechstimme auf dem Text. Mamma Mia. Dass du machst Mamma 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 Mia. Mit ein bisschen Engagement. Mamma 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 Mia. Mamma 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 Mia. Wenn du machst mit einer Bewegung. Mamma 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 Mia. Mamma 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 Mia. Mamma 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 Mia. Sei dabei. Mamma 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 Mia. Mamma 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 Mia. Mamma 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 Mia. Mit einer Bewegung. Mamma 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 Mia. Deine Letzten. Dann machen wir noch eine Übung in der Bruststimme, und zwar das Wort Dong, wie Ding Dong, aber nur Dong. Und zwar kannst du da schön auf dem MG aushalten, dass du machst, Dong, 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 und dein Kiefer ist locker dabei. So, sonst drück ich in den Spiegel. Dong, 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 Du hörst auf dem NG aushalten. Die letzte Übung ist eine Übung für den Übergang von Bruststimme, die Kopfstimme und wieder zurück. Auf die Silbe sing, also es ist wie die Aufforderung, dass ich zu dir sage, hey, sing. Wir beginnen unten in der Bruststimme, die oberen Töne sind in der Kopfstimme und dann wechseln wir wieder zurück in die Bruststimme. Auf Forderung, auf Sing. Sing, 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 sing. Unten Bruststimme. Sing, 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 sing. Oben Kopfstimme. Sing, 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 sing. Sing. Und den Brust. Sing, 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 nur mit Kopf. Sing, 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 sing. Und einen letzten. Sing, 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 sing. Und dann kannst du in der Kopfstimme noch ein paar Mms machen, so als hättest du was ganz leckeres vor dir und du sagst So, ich hoffe, dieses Einsingen hat dir gefallen. Falls ja, gib mir doch einen Daumen hoch. Das andere Einsing-Video mit Klingen findest du unten in der Infobox. Und ich freue mich darüber, wenn du meinen Kanal abonnierst. So ermöglichst du mir, dass ich noch weitere Einsing-Videos für dich machen kann. Danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche dir einen schönen Tag.